Willkommen zu den heutigen Vivi-News. Heute habe ich einmal zwei Updates gleich für euch mit dabei, unter anderem auch zum Thema Interoperability und Omi-Utility. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall die nächsten beiden Jobs an, einmal von Disney und Ron English und noch sehr viel mehr. Das alles jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi-Oji mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und deswegen würde ich auch direkt sagen, starten wir heute ins Video rein, aber erst wenn du da draußen den Kanal abonniert hast und da du das Ganze jetzt gemacht hast, würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Als erstes starten wir mit einem App-Update und deswegen unbedingt jetzt auf jeden Fall aktualisieren die App, denn da sind auf jeden Fall ein paar Features mit dabei, die ja nicht sonderlich groß sind, aber auf jeden Fall ein paar kleine Features. Das heißt, ihr bekommt jetzt sozusagen auch Nachrichten aufs Handy. Das sind jetzt kleine Dinge, aber nichtsdestotrotz updaten, um Fehler zu vermeiden. Anschließend haben wir noch ein weiteres Update von Vivi bekommen, was ich meiner Meinung nach erstmal sehr, sehr gut finde, weil sie hier momentan auch sehr gut Transparenz kommunizieren, beziehungsweise auch generell kommunizieren überhaupt mit uns. Hier wird nochmal so ein bisschen über Interoperability gesprochen. Und was das Interessanteste hier daran ist tatsächlich, dass sie ein komplettes Blockchain-Team jetzt auch noch mit ins Boot holen. Das heißt, wir reden da wahrscheinlich von 5, 10, 15 Leuten, die jetzt nochmal oben drauf mitarbeiten an solchen Dingen, wie zum Beispiel Omutility, Interoperability. Also hier können wir auf jeden Fall auch einen deutlich schnelleren und besseren Prozess sehen. Und was meiner Meinung nach hier auch weiterhin sehr positiv ist, wenn ihr mal bedenkt, viele, viele Firmen müssen Stellen abbauen. Vivi hingegen stellt momentan sogar noch neue Teams ein. Das ist meiner Meinung nach ein sehr positives Zeichen. Und widerlegt hier eigentlich wirklich jegliche Gerüchte, die sagen, dass Vivi pleite sei, denn ansonsten könnten sie sich, glaube ich, nicht ein gesamtes Blockchain-Team leisten. Also hier auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ansonsten haben wir noch einen weiteren Artikel hier einmal zum MCP bekommen, beziehungsweise zum Omi-Token. Dort wird auch nochmal ein bisschen drauf eingegangen. Omi-Tier-Reward und so weiter und so fort. Und das Spannendste ist tatsächlich auch hier nochmal, MCP-Tickets ist an dieser Stelle das nächste, was wir sehen werden. Ich gehe hier von maximal noch ein bis anderthalb Monaten aus, bis wir dort die ersten Tests sehen sollten. Und was man hier auf jeden Fall beachten sollte und was extrem interessant wird hier jetzt auch für den Omi-Token, Bronze-Tickets können nur mit dem Omi-Token sozusagen gekauft werden. Und der eine oder andere wird sich jetzt so denken, okay, hey, diese Bronze-Tickets sind ja schön und gut, aber was kann man damit jetzt wirklich anfangen? Die Bronze-Tickets sind im Prinzip dazu da, dir im Drop einen Vorteil zu verschaffen. Denn ein Bronze-Ticket erschüttert deine Wahrscheinlichkeit, dass du einen Drop wirklich bekommst. Was das Besondere ist, du kannst es auch wirklich nur mit Omi-Token kaufen, was wiederum den Effekt hat, dass natürlich extrem viele Omi-Token aus dem Circulation Supply genommen werden von Leuten, die halt sich mit Omi-Token, ja, Bronze-Tickets kaufen, um eine höhere Wahrscheinlichkeit beim Drop zu haben. Und das ist meiner Meinung nach wirklich ein sehr, sehr wichtiger und auch richtiger Schritt, denn damit wird auch endlich mal der Circulation Supply vom Omi-Token aktiv geburned. Und das wird natürlich langfristig gesehen einen enormen Einfluss auf den Token selber haben, da natürlich hierbei die langfristige Sicht deutlich mehr Tokens einfach geburned werden und dementsprechend natürlich auch der Circulation Supply sinkt und mit höherer Nachfrage irgendwann, zum Beispiel mit Thema Staking, da natürlich das auch einen enormen Einfluss auf den Preis selbst hat. Dementsprechend meiner Meinung nach auf jeden Fall eine sehr gute und positive Entwicklung hier. Ich werde euch auf jeden Fall beide Artikel nochmal unten in die Beschreibung packen. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall direkt die nächsten Jobs mal an. Das nächste, was wir hier sehen werden, wird unter anderem eine Concept Art Series sein von Disney wie auch Pixar. Und wir sehen hier an dieser Stelle Concept Art von Elemental und das ist zum Beispiel ein Bild, was wir hier sehen werden, wenn es lädt. Hier sehen wir es einmal. Ja, für mich persönlich jetzt nichts, was ich mitnehmen werde. Das Ganze ist aber auch hier wieder im Waitlist Format und das ist etwas, was mich persönlich jedenfalls sehr freut, was nämlich an dieser Stelle zeigt, dass hier wirklich mehr auf das Waitlist System gesetzt wird und es einfach auch zu funktionieren scheint, was meiner Meinung nach wirklich eine sehr gute und positive Entwicklung ist, was das neue Drop System angeht. Bis jetzt haben wir es eigentlich für die nächsten Jobs überall, bis auf bei den Comics. Ich denke, dort ist es aber tatsächlich auch nochmal eine Frage der Zeit, bis wir es auch bei Comics sehen werden. Schauen wir uns aber den Drop nochmal ganz kurz an, wann das Ganze droppen wird. Wir sehen hier insgesamt fünf Poster und das Ganze wird am Freitag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen im Blindbox Waitlist Format. Meiner Meinung nach auf jeden Fall kein Drop, den ich mitnehmen werde. Wir werden sehen, wie die Editionzahl aussehen wird. Und eventuell, wenn die Editionzahl sehr, sehr gering ist und der Preis auch stimmt, könnte das Ganze über Flowpreis landen. Meiner Meinung nach aber auch wirklich ein großer Gamble an dieser Stelle. Und wir haben tatsächlich auch den nächsten Drop von Ron English mit dabei. Und hier haben wir nämlich auch wieder das Waitlist Format mit dabei, beziehungsweise das Waitlist Drop System. Und dementsprechend hier auch nochmal wirklich eine Bestätigung, dass hier bei den Collectibles jedenfalls, dass wieder der Waitlist jetzt fortgesetzt wird. Das Ganze hier von Ron English werden wir am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit sehen, mit insgesamt sechs Digital Collectibles. Was werden hier einmal diese Pop Aganda Collectibles sein? Für mich persönlich absolut gar nichts, was ich mitnehmen werde. Ich kann damit überhaupt null anfangen, obwohl ich Ron English, seine Kunst an sich, eigentlich gar nicht schlecht finde. Ihr könnt mir aber auf jeden Fall mal unten gerne in die Kommentare schreiben, ob du den gesamten Drop hier mitnimmst oder nicht. Ich glaube aber nicht, dass es tatsächlich ausverkauft sein wird, auch wenn es ein moderater Droppreis sein wird oder eine moderate Edition Size. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns auch nochmal direkt die Dropdetails an für Donnerstag, für Ironman. Dann Hashtag 28 mit exklusiven Rare, wie auch Ultra-Covern um 17 Uhr. Das Ganze hier auf jeden Fall mit einer Summa Limited Edition. Und ihr seht jetzt hier auch schon, hier ist es nur ein Blindbox-Format und kein Blindbox-Waitlist-Format. Dementsprechend, ja, bei den Comics müssen wir uns wie gesagt noch gedulden. Das sind einmal die Cover, die wir hier insgesamt sehen werden. Go Collect-Daten sind an dieser Stelle nicht gerade vielversprechend. Und ansonsten hat das Ganze hier eine Edition Size von 7500 Stück. Das Ganze einen Listenpreis wie immer von 7 Gems. Und es beinhaltet hier natürlich die First Appearance von Howard Stark, der Vater von Iron Man. Nichtsdestotrotz, ich glaube nicht persönlich, dass das ein gutes Comic sein wird, was gut gehen wird. Dementsprechend für mich auf jeden Fall an dieser Stelle ein Skip. Und ansonsten kommen wir auf jeden Fall zu sehr positiven Daten aus den USA. Ein bisschen Abseitssitz an dieser Stelle von Vivi, aber es ist natürlich auch ein Faktor, der Vivi im Großen und Ganzen beeinflusst. Denn es geht natürlich auch um die Wirtschaft. Und hier fällt nämlich momentan die Inflation in den USA auf 4% von 4,9, was wirklich ein sehr, sehr großer Schritt ist. Und dementsprechend hier auf jeden Fall die Zeichen stehen gut. Man wird sehen, ob jetzt noch eine Zinserhöhung morgen kommen wird, beziehungsweise wenn das Video hochlädt bei euch heute. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es ausgehen wird, was Paul da kommunizieren wird. Was auf jeden Fall aber auch noch eine weitere Sache war hier, ist nämlich, dass ein Gesetzentwurf noch nicht verabschiedet wurde. Aber auf jeden Fall ein Gesetzentwurf, da legt der auf jeden Fall hier Gary Gensler, den SEC-Chef, rauswerfen soll. Das Ganze ist aber, wie gesagt, an dieser Stelle auch nur ein Gesetzentwurf und wird wahrscheinlich nicht durchgebracht werden. Da an dieser Stelle hier, ja, Gary Gensler von den Demokraten installiert wurde. Und es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Demokraten hier ihre Meinung ändern werden und ihn rausschmeißen werden, weil die Demokraten prinzipiell eigentlich gegen Krypto sowieso sind. Von daher, ja, wird das ziemlich unwahrscheinlich sein, dass da hier wirklich rausfliegen wird. Nichtsdestotrotz, hier auf jeden Fall wollte ich das Ganze mal angesprochen haben. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gibt dir das ganze Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend und bis dahin, der Captain. Ciao, ciao.